Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Energie Guckbus, Regionalliga Nordost 2022-2023, erster Spieltag. FSG Alternative gegen Energie Guckbus, Ergebnis 2 zu 0. Startelf, FSG Alternative, Rekke, Albeliku, Ziker, Heiseleer, Raubremer, Buschabrisch, Funtarien, Uemne, Mensa, Prekaritz, Startelf von Energie Guckbus, Zibald, Hesse, Zellameach, Hildenrand, Ruckmann, Hoffmann, Milde, Kufik, Zikerach, Osternweg, Heike. Das war's von VSG Altkern K gegen Energie Guckbus, Kahn 20 Uhr 5.